Knut IV, der Heilige, war König von Dänemark. Leben Knut war der Sohn von Sven II. Esstritzen 1080 folgte er seinem Bruder Harald III. Auf den Königsthron Er versuchte, die Kompetenzen des Königtums auszuweiten. Mit einer kirchenfreundlichen Politik suchte er die Unterstützung der Bischöfe. Einige Quellen behaupten, dass er die Anordnung gegeben habe, die Weihnachtszeit auf insgesamt 20 Tage bis zum 13. Januar dem sogenannten Sankt-Knuttag zu verlängern. Als er 1086 Truppen zusammenzog, um England zu erobern, brach ein Volksaufstand aus. Grund waren weniger seine Expansionspläne als seine wiederholten Eingriffe in die überlieferte Rechtsordnung des Landes. Knut und sein Bruder Benedikt wurden in der von ihm errichteten Sankt-Albans-Kirche in Odensau-Fühnen erschlagen, dem Vorgängerbau der heutigen Sankt-Knuts-Kirke. Seine Ehegattin Adela, die Tochter des flauntrischen Grafen Robert I., kehrte nach dem Tod ihres Mannes in ihre Heimat zurück. Ihr Sohn Karl wurde Graf von Flandern. Ihre Tochter Ingegert heiratete den schwedischen adligen Volke den Dicken. Stammvater des Königsgeschlechtes der Vogunger Würdigung. Da Knut für seine kirchenfreundliche Politik bekannt war und in einer Kirche erschlagen wurde, wurde er zum Märtyrer erklärt. 1101 wurde er heilig gesprochen. Festtage sind der 19. Januar und der 10. Juli. Er ist der Schutzpatron Dänemarks. Knut ist im Dom von Odens begraben, sein Skelett ist heute in einem Glassack zu sehen.